Wenn ein Küken aus seinem Ei schlüpft, hat es bereits alle Fähigkeiten, die es für den Rest seines Lebens brauchen wird. Nahrungssuche, Sozialverhalten und Fortpflanzung. All das ist ihm genetisch mitgegeben. Bei uns Menschen ist das anders. Nur ein Teil unseres Wesens ist im Erbmaterial veranlagt. Wir lernen aus Erfahrung. In unseren ersten Jahren auf dieser Welt legen wir Grundstrukturen für unser restliches Leben an. Wir lernen, wie man sich bewegt, wie man denkt und wie man fühlt. Wie wir unsere Kinder erziehen, ist seit Anbeginn der Menschheit stetig Veränderungen unterworfen. Und die Gestaltung der Kindheit ist stets ein Spiegel des gesellschaftlichen Zeitgeists. Somit sind wir immer ein Kind unserer Zeit. Die Beschleunigung des Lebens im 21. Jahrhundert geht auch an unseren Kindern nicht spurlos vorüber. Doch wie haben sich die Rahmenbedingungen für Kinder verändert? Und wie können sich Eltern und Kinder in diesem chaotischen Zeitalter zurechtfinden? Mein Name ist Günter Löbit und ich hätte so den Eindruck, dass ich wahrscheinlich schon als Landarzt geboren worden bin, weil ich mein ganzes Leben nie einen anderen Berufswunsch hatte. Und auch Schriftsteller wollte ich immer schon sein. Und ich bin in der glücklichen Situation, mir beides gefüllt haben zu können. Es fällt mir einfach auf in 35 Jahren Tätigkeit als Arzt, dass sich die Kinder so verändert haben. Erstens sind sie wesentlich weniger geworden und zweitens haben sie sich wahrscheinlich auch dadurch, aber auch in ihrem Benehmen und ihrem Umgang auch mit Krankheit und auch im Umgang ihrer Eltern mit Krankheit massiv verändert. Und das hat mich dazu bewogen, nebst der Tatsache, selbst drei Kinder großgezogen zu haben, mich einmal mit diesem Thema zu beschäftigen. Ich glaube, dass ein wesentlicher Anteil an dieser Entwicklung, die wir zurzeit erleben, diese wenigen Kinder sind, die wir haben. Wir haben zurzeit in Österreich 1,4 Kinder pro Frau. Und das bedeutet einfach, im Vergleich zu früher, jahrhundertelang, war dieser Index 6, also eine Frau hat 6 Kinder geboren. Und da hat sich einfach das elterliche Interesse aufgeteilt. Ein Kind hat ein Handwerk gelernt, eins ist Bauer geworden, eins ist Pfarrer geworden. Heute muss dieses 1,4 oder eben 1,2, wenn Sie die nicht Österreichischen wegrechnen wollen, muss dieses 1,4 Kind alle Erwartungen der Eltern erfüllen. Nämlich erstens die Selbstnichtverwirklichten, das erlebe ich sehr oft in der Ordination. Das Kind hat Reitstunden, das Kind geht zum Ballett, das Kind spielt Tennis, das Kind hat Fußballstunden und ist völlig überfordert, weil vielleicht Mama oder Papa gerne geritten wären oder Fußball gespielt hätten oder Tennis gespielt hätten. Und dann will er seine eigene Lebenserwartung, die ihm ja auch vorgespielt wird, auch erfüllen. Jeder muss erfolgreich sein, ein cooles Auto haben, fesch soll er sein, nicht übergewichtig. Und daran zerbrechen Systeme, daran zerbrechen Eltern-Kind-Systeme und daran zerbrechen vor allem Kinder, die nicht so fest im Leben stehen. Also ich glaube, die Erwartungen, die einfach punktuell auf ein Kind gerichtet werden, die sind zu hoch. Mein Name ist Martina Leibovici-Mühlberger, ich bin Ärztin und Psychotherapeutin und leite die AG Erziehungsberatung, ein humanistisches Ausbildungsinstitut, das Elternbildner und Erziehungsberater in Wien, in Linz, in Graz, in Villach und auch in Innsbruck ausbildet. Das durchschnittliche Kind lebt heute mit 0,4 Bruder oder Schwester. Das heißt, die horizontale Sozialisierung verläuft, also unter Altersgleichen, nicht mehr im Rahmen der Familie ab und auch nicht mehr im Rahmen des Draußen-Zusammenrottens in Kindergruppen wie früher, sondern heute in Wirklichkeit nur mehr in der Institution. Nicht zu unterschätzen ist noch ein Faktor, dass heute ja die Kinder in einer Erwachsenenwelt groß werden. Früher, wo es mehrere Kinder gegeben hat, haben die sich untereinander auch zur Verstärkung gehabt und auch zur Problembewältigung. Denken Sie nur an Pubertät in Familien mit vielen Kindern, das haben die Kinder untereinander gemacht. Heute kämpft jeder einzeln sein Schicksal gegen eine Erwachsenenwelt. Nicht nur gesunkene Geburtenraten verändern unser Konzept von Kindheit. Etwa die Hälfte der österreichischen Bevölkerung lebt mittlerweile im städtischen Bereich. Und das Erleben von Natur hat für viele seine Unmittelbarkeit verloren. Jedoch ist die Entwicklung eines Kindes untrennbar mit der Natur verbunden. In der Natur lernen sie alles. Erst einmal Orientierung, begreifen über das Angreifen. Sie lernen die Welt als Ganze kennen in ihrer Ursprünglichkeit. Und all das haben Kinder, die sozusagen im künstlichen, im artifiziellen Lebensraum hauptsächlich sich aufhalten, natürlich ganz schwer, um es zu erschließen. Es gab eine ganz lustige Untersuchung in Mailand, wo Kinder den Vergleich zwischen den Hühnern, die sie im Supermarkt abgepackt unter Zellophan auf einer Tasse liegend gesehen haben und dem lebenden Huhn nicht mehr geschafft haben. Also die finden dann keinen Zusammenhang mehr zwischen dem Tier, das hier im Supermarkt gekauft wird als Nahrungsmittel und dem ursprünglichen Tier, wenn sie es bei einem der wenigen Schulbesuche zu Gesicht bekommen. Vor allem im städtischen Bereich haben wir eine Welt geschaffen, die unsere wenigen Kinder möglichst gut beschützen soll. Risiken sollen weitestgehend ferngehalten werden. Dieser Trend ist verständlich. Schließlich möchte niemand seine Kinder Gefahren aussetzen. Risiken einschätzen zu lernen, ist allerdings ein wichtiger Prozess, der in einer überbeschützten Umgebung zu kurz kommen kann. Ich bin Klaus Fafrik. Ich bin vom Grundberuf Kinderarzt, Kinderpsychiater und Psychotherapeut und beruflich auch in diversen Feldern unterwegs. Einerseits Leiter eines Ambulatoriums für Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten und Störungen, andererseits auch in einer Praxis und in mehreren Lehraufträgen unterwegs. Kinder brauchen Risiken, um sie zu überwinden und natürlich meine ich damit nicht Risiken, die sie wirklich gefährden oder einfach ihre altersadäquate Fähigkeit übersteigen würden. Ich würde jetzt kein kleines Kind über die vierspurige Autobahn schicken alleine, keine Frage. Das ist absurd. Da geht es um elterliche Verantwortung oder erwachsene Verantwortung. Aber Risiken geben das Erleben von, ich kann auch was bewältigen. Und das Problem, das wir vorher schon kurz genannt haben, mit dem hauptsächigen Einzelkind in der heutigen Kultur, ist natürlich schon groß. Weil dieses eine Kind muss auch beschützt und bewahrt werden von allen Umbilden. Das ist eh klar, weil die Angst viel zu groß ist, dem könnte was passieren. Aber unterm Strich heißt es für Kinder dann oft kein Selbstbild zu halten und zu haben, dass es das Gefühl gibt, ich schaffe es, was zu bewältigen, ich komme darüber hinweg. Den Stolz, was geschafft zu haben, die Erfahrung auch zu machen, dass manches wehtut oder auch unangenehm ausgehen kann, ohne dass es gleich dramatisch sein muss. Also auf den Baumklettern, mit Freunden raufen, mit dem Radl irgendwo einen Abhang hinuntergefahren zu sein, der ein Stückchen zu steil war, das sind Dinge, die ein paar Schrammen, hoffentlich nicht mehr, ein paar Schrammen im Leben verursachen. Aber vielmehr eben auch Gefahrenabschätzung und ein Selbstbild, ein wichtiges. Risikoeinschätzung, Risikoabschätzung müssen wir trainieren, natürlich. Und das ist ein feines Spiel zwischen Vermeidung, Vorausschauen, Warnung, die oft eben ein Älterer oder eben eine Mutter, einen Vater gibt, und eigener Exposition. Und an dieser Grenzlinie bewegt sich und experimentiert der Heranwachsende. Ein ganz banales Beispiel aus meiner Kindheit, wir sind ja noch sehr frei aufgewachsen und wir sind von immer höheren Gegenständen runtergehüpft, weil wir immer mehr explorieren wollten, was kann ich und was kann ich mir und meiner Körperlichkeit zutrauen. Ich glaube, der sicherste Weg, ein Kind lebensunfähig zu machen, ist ihm alles Risiko und jede Gefährdung aus dem Weg zu nehmen. Dann erziehen sie ganz sicher ein lebensunfähiges Kind. Und das ist leider eine Entwicklung, die ich als Arzt einfach beobachten muss, die stattfindet. Mit dieser Erkundung des Verantwortungsradios geht vor allem eine Sache einher, für die wir in unserer Gesellschaft immer weniger Platz zu haben scheinen. Das Scheitern. Der Leistungsdruck ist größer geworden und entwicklungspsychologische Meilensteine müssen so früh wie möglich erreicht werden, damit Kinder in dieser leistungsorientierten Welt bestehen können. Ein Irrglaube. Denn für Kinder ist dieses Nichtscheitern dürfen extrem problematisch. Mein Name ist Leonhard Thun-Hornstein und ich bin hier seit einigen Jahren der Leiter der Salzburger Kinder- und Jugendpsychiatrie, was einerseits eine klinische Versorgungseinrichtung ist für psychisch kranke Kinder und Jugendliche und andererseits eine Einrichtung der Universität, der Paracelsus-Universität als Forschung und Lehre. Das Scheitern ist deswegen wichtig, weil wir anhand von scheiternden Situationen lernen, wie wir Schicksalsschläge bewältigen können. Und die Mini-Scheiterungen des Kleinkindes, wenn es hinfällt am Boden und wieder aufsteht und das tausendmal macht, zeigt ihm, man fällt hin, man steht wieder auf und das Leben geht weiter. Und diese Erfahrungen multipliziert verinnerlichen sich dann zu einer Grundhaltung, wo es heißt, okay, Scheitern gehört zum Leben. Kinder können ja nur lernen, mit Frust umzugehen und eine Frustrationstoleranz entwickeln, wenn sie Frust erleben dürfen. Und dazu gehört, dass man Schmerz zulässt und dazu gehört, dass man in den Grenzen setzt. Und nicht nur Grenzen setzt, sondern die Grenzen auch exekutiert. Ich erlebe das in der Ordination und ich habe das selber mit drei Kindern zu Hause mit meiner Gattin gemeinsam erlebt, dass die Kinder letztlich ja für diese Grenzziehung dankbar sind. Weil es für ein Kind nichts Schrecklicheres gibt, als alles zu dürfen. Stellen Sie sich das vor für Ihr eigenes Leben. Wenn wir keine Grenzen hätten, wenn jeder unsere Wünsche sofort erfüllt würde, sie wären verzweifelt. Oskar Weil hat gesagt, der ärmste Mensch ist der, dem alle Wünsche in Erfüllung gehen, weil nie eine Erwartung ist. Und wenn Kinder eben alles sofort bekommen und nicht bis Weihnachten warten müssen für den Spielzeugtraktor, sondern den sofort bekommen und wenn sie sofort ein iPhone bekommen, wenn es neu erscheint im September und ich weiß nicht was noch alles, dann lernen sie ja nie auch auf etwas zu warten und Dankbarkeit und Freude zu entwickeln. Also ich hätte nie erlebt, dass meine Kinder uns als Eltern böse gewesen wären, weil wir nicht jeden Wunsch erfüllt haben. Und auch nicht, weil wir Grenzen gesetzt haben. Im Zusammenhang mit dieser Art von grenzenloser Erziehung taucht ein Begriff auf, der vielen Experten und auch Eltern sauer aufstößt. Die Tyrannen-Kinder. Die Tyrannen-Kinder sind die überforderten und überförderten Prinzen- und Prinzessinnen-Kinder, die ja Projektkinder häufig waren. Eltern haben, die ihr Bestes und zum Teil auch oft ihr Letztes bereit sind zu geben für ihre Kinder. Die Eltern haben, die alle Ratgeber gelesen haben, wenn sie schon schwanger sind, weil sie ihre Kinder unwahrscheinlich lieben, weil sie sich dieses Kind sehr, sehr wünschen, weil sie das Beste für ihr Kind wollen und weil sie ihr Kind natürlich nach dem in unser kollektives, unbewussten, abgetropften Erziehungsmatrix des möglichst jedes Potenzial, das im Kind angelegt ist, jedes Talent fahnden und entwickeln und dem Kind möglichst viel Freiheit geben, erziehen wollen. Können Kinder Tyrannen sein? Eine gute Frage. Selbstverständlich können sie das sein. Aber immer nur als Reaktion auf eine Umwelt, die ihnen das ermöglicht. Prinzipiell hat jeder von uns die Tendenz, seinen Willen durchzusetzen und die Grenzen der anderen bestimmen diesen Willen. Und in einer Familie, wo ein Kind grenzenlos aufwächst, kann es dann seine Macht ausüben, auch grenzenlos. Und dann werden sie natürlich zu Tyrannen, weil dann niemand mehr sich ihrer erwehren kann. Und die Umkehr dieses Prozesses ist oft sehr schwierig. Also diese liebevollen Eltern, die alles zulassen, das ist nicht sehr hilfreich. Sondern die Grenzen braucht's und das Halten der Emotionen und das Beschränken dieser inneren Energie, das müssen Eltern als eine ihrer Aufgaben sehen. Wie gut es unseren Kindern geht, lässt sich schwer quantifizieren. Fest steht, dass der medizinische Fortschritt zu einer weitgehenden Auslöschung der gefährlichen Kinderkrankheiten geführt hat. Zumindest in den Industrienationen. Im letzten Jahrhundert ist die Säuglingssterblichkeit stetig gesunken, während die Lebenserwartung drastisch zugenommen hat. So scheinen unsere Kinder so gesund zu sein wie noch nie. In der klinischen Praxis jedoch zeichnen sich in den letzten Jahren neue Trends ab, die im Zusammenhang mit der psychischen Gesundheit der Kinder stehen. Die Wissenschaft hat verschiedene Zahlen publiziert und es scheint so gewesen zu sein, dass in den letzten 50 Jahren die Inzidenz von diesen Erkrankungen gleich geblieben ist. Also circa bei 20 Prozent. Es hat sich immer wieder verschoben. Es waren Modeerscheinungen wie das ADS, das in den 60er, 70er Jahren aufgekommen ist. Obwohl es schon seit dem 18. Jahrhundert bekannt ist. Die Essstörungen haben zugenommen, das ist eindeutig. Der Autismus hat zugenommen. Nicht sehr viel. Aber es hat jetzt gerade eine neue Studie gegeben von der Wiener Kinderpsychiatrischen Klinik, von Professor Kaborz. Und die hätten eine Häufigkeit von knapp 30 Prozent gefunden. Jetzt kann man sich fragen, ist das die Methodik oder ist es tatsächlich ein Abbild unserer Welt? Wir haben das ja auch vor allem im Kollegenkreis sehr diskutiert. Und zum Teil sind eigentlich alle der Meinung, dass es schon ein Abbild unserer zunehmend schwieriger werdenden Welt sein müsste. Es gibt ja in allen Bereichen, alle die Kinder haben, Klagen über den Stress in der Schule, über den unheimlichen Stress, Arbeit, Familie etc. zu verbinden. Über den unheimlichen Leistungsdruck, dem alle ausgesetzt sind. Und zusätzlich diese Medienlandschaft mit den Online-Medien, die es jetzt gibt. Also es hat sich die Belastung und der Druck für die Menschen deutlich erhöht. Da wissen wir, dass dieser Druck Stress auslöst im Körper und dass das schon zu einer nachvollziehbaren Erhöhung führen könnte. Also ob Diagnosen wie ADHS oder Autismus tatsächlich zunehmen oder nicht, ist eine schwierige Frage, wo ich ein Stück Kritik an der Gesundheitspolitik einfach anbringen muss. Nämlich wir haben in Österreich leider derartig schlechte epidemiologische Zahlen, dass das kein Mensch mit Sicherheit behaupten kann. Wir wissen nicht, wie viele dieser Kinder gab es vor fünf Jahren, vor zehn Jahren oder heute, weil es dazu einfach keine Daten gibt. Was sehr schade ist, weil das Nachbarland Deutschland macht uns vor, dass man das sehr wohl, sehr gut monetieren kann. Das andere ist der subjektive Eindruck aus der klinischen Praxis. Und da muss man ehrlich sagen, den muss ich wirklich bestätigen. Natürlich ist das Einzugsgebiet des Tintenbezirkes, wo ich arbeite, jetzt nicht repräsentativ für ganz Österreich. Aber dort haben wir tatsächlich eine Zunahme. Die Frage ist halt immer mit der Ursache auch verbunden. Und dass jede Zeit quasi auch ihre Krankheit oder auch ihre Kinder hat. Den Spruch kennen wir schon lange. Und dass unruhige Zeiten auch unruhige Kinder hervorrufen. Und dass Irritationen, 60 Prozent Scheidungsrate, 408.000 Kinder in Armutsbedingungen lebend. Das könnte ich jetzt ganze Menge noch an Irritationsfeldern aufzählen. Dass die natürlich auch ihres dazu beitragen, dass Kinder schwer zur Ruhe finden. In vielen Fällen sind Eltern heute bestens über die Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie informiert. Über alle Herausforderungen der Kindheit Bescheid zu wissen, macht die richtige Erziehung allerdings nicht unbedingt einfacher. Ganz im Gegenteil. Wer Entwicklungscharts so ernst nimmt, sieht sich oft mit verschiedensten Ängsten konfrontiert. Und wir haben heute sehr ausgefeilte Entwicklungscharts, was ein Kind in welchem Lebensmonat können kann. Und das führt aber dann dazu, dass Eltern das Gefühl haben, dass ihre Kinder das können müssen zu diesem und jenem Zeitpunkt und möglichst schon früher. Und wenn dem nicht so der Fall ist, kommt natürlich sofort Unentspanntheit hinein. Und es kommt sofort die Frage nach dem Fehler. Ist etwas am Kind nicht in Ordnung oder ist etwas an mir und meinem Erziehungsverhalten nicht in Ordnung? Und hier sind wir dann natürlich in einer Stresssituation, wo wir die Entspanntheit verlieren. Wenn ein Elternteil, der heute irgendwo auf einer Parkbank sitzt und sich in eine Konversation mit einem anderen Elternteil verstricken lässt. Und dann kommt die obligatorische Frage, was magst du alles mit deinem Kind? Und der dann darauf antwortet, naja, ich gehe im Park hier und da, so wie, das mag er gern. Und sonst gehen wir manchmal in den Wald und ja, dann spielen wir halt. Der muss sich harscher Kritik vergegenwärtigt sehen, denn da wird, und ihr gehst in die musikalische Frühwärterung nicht. Und da hast du auch nicht Angst, dass du da was versäumst. Und beim Babyschwimmen war es ja gar nicht. Wie wird denn der dann schwimmen lernen? Und, 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 und. Und das übt Druck auf Eltern aus. Noch dazu kommt ja, dass wir Kinder heute spät bekommen. Wir bekommen Kinder heute durchschnittlich 29 erste Schwangerschaft für eine Frau. Also sehr spät im Verhältnis zu früher. Das heißt, wenn ein Kind in einer Familie geboren wird, ist es ein oft herausstechender Markstein, dass es jetzt wieder ein Kind in dieser Familie gibt. So was hat es schon 30 Jahre nicht gegeben. Mein Name ist Dagmar Strohmeyer. Ich bin Professorin an der Fachhochschule Oberösterreich im Studiengang Soziale Arbeit. Und habe 2014 im Fach Psychologie habilitiert. Heutzutage gibt es ganz sicher eine verstärkte Wahrnehmung von psychischen Erkrankungen bei Kindern. Das ist sehr positiv, weil hier viel mehr Bewusstsein vorherrscht, dass auch Kinder, vielleicht sogar schon achtjährige, neunjährige, psychisch erkranken können. Gleichzeitig aber ist es auch negativ, weil natürlich sich viele erwachsene Menschen, vor allem besorgte Eltern, unter Umständen unnötig Sorgen machen. Also dieses entwicklungspsychologische Wissen, was jetzt mehr bekannt ist, ist grundsätzlich positiv. Aber das Negative ist natürlich, dass man sich unter Umständen auch wegen Kleinigkeiten viel zu leicht Sorgen macht und besorgt ist, dass vielleicht das eigene Kind Burnout hat, wobei es möglicherweise einfach nur ein bisschen überlastet oder überfordert ist. Es ist ganz wichtig zu wissen, dass es schon entwicklungspsychologische Zeiträume gibt, wo sich etwas entwickelt, aber dass diese Phasen wesentlich länger sind, als das so normalerweise bekannt ist. Also es ist überhaupt nicht wahr, dass sich innerhalb kürzester Zeit viel entwickelt, sondern diese Phasen sind oft mehrere Jahre, wo Kinder etwas erwerben können, ohne dass man dann Sorge haben muss, dass sie sich jetzt schlecht entwickeln. Wie schnell Kinder lernen, ihre Sinneseindrücke präzise zu verarbeiten und mit ihrer Motorik zu kombinieren, ist von Kind zu Kind unterschiedlich. Man nennt diesen Prozess sensorische Integration. Dies geschieht durch Erfahrung, durch Auskundschaften einer möglichst anregenden Umgebung. Im besten Fall geschieht dies in der Natur. Kinder, die mit diesem Prozess Schwierigkeiten haben, sind ein Phänomen, das in den letzten Jahren, vor allem im städtischen Bereich, häufiger auftritt. Dies hat eine Reihe von Ursachen. Natürlich hat das auch mit den Wahrnehmungserlebnissen zu tun, mit der sensorischen Integration, dass viele Kinder zu wenig, sage ich einmal, Natur ganz platt erleben, weil dort einfach viele sensorische Wahrnehmungen stattfinden. Ist heute bekannt, dass Themen wie Wald, Kindergarten und ähnliches immer noch die absolute Ausnahme sind, wo man halt kinderspezifisch hingibt, wenn man bewusst diesen Aspekt ihnen gönnen möchte. Aber der Alltag der Kinder ist halt oft mit wenig Anregung verbunden. Und das ist tatsächlich ein Stück Armut einer anderen Art. Nämlich nicht Armut an materiellen Mitteln, sondern Armut an Erlebnis und Erfahrung. Obwohl Probleme bei der sensorischen Integration für manche Kinder einen enormen Leidensdruck erzeugen, ist dies keine Krankheit im eigentlichen Sinne. Im Spielestudio in Wien hat man sich auf Diagnose und Therapie solcher Probleme spezialisiert. Mein Name ist Mag. Elisabeth Söchting. Ich bin Ergotherapeutin und Psychologin. Ich bin Präsidentin der Gesellschaft für sensorische Integration in Österreich. Und ich bin selber Inhaberin der Ergotherapeutischen Kinderpraxis Spielstudio in Wien. Also um zweckmäßig handeln zu können, müssen wir Sinnesinformationen aus unserem eigenen Körper und aus der Umwelt ständig verarbeiten und uns anpassen an die Situation, in der wir gerade agieren und an die Umweltbedingungen, unter denen wir sind. Und dazu ist es eben wichtig, dass wir Berührungen identifizieren können und uns an diese anpassen können. Wir müssen Gleichgewichtsinformationen verarbeiten können, zum Beispiel, damit ich jetzt so aufrecht sitzen kann. Wir müssen Kraftinformationen richtig verarbeiten, damit wir zum Beispiel Dinge nicht zerbrechen oder nicht so locker halten, dass sie uns aus der Hand fallen. Und das ist ein Prozess, der bei uns allen sehr automatisch abläuft. Wir müssen darüber nicht nachdenken, sondern wir können uns auf ganz andere Dinge konzentrieren. Kinder, die Schwierigkeiten haben in der sensorischen Integration, verarbeiten diese Sinnesinformationen nicht exakt. Es kann sein, dass sie entweder unter- oder überempfindlich sind oder dass die Information einfach diffus, unklar ankommt. Das sieht dann bei jedem Kind anders aus. Unterempfindlichkeit würde sich zum Beispiel darin zeigen, dass das Kind intensivere Reize braucht, um die richtig verarbeiten und nutzen zu können. Überempfindliche Kinder auf der anderen Seite. Wenn die zum Beispiel so berührt werden, tut ihnen das weh oder ist richtig unangenehm. Und was sagt die Umwelt drauf? Na geh, das tut doch gar nicht weh. Also bekommt dieses Kind ständig die Rückmeldung, das, was ich empfinde, ist eigentlich nicht wahr oder ist eigentlich nicht richtig. Das kleine Beispiel zeigt schon ein bisschen, was das dann sekundär für psychische Auswirkungen auch haben kann. Wenn ich ständig höre, das, was du wahrnimmst, so wie du empfindest, so ist die Welt nicht oder so soll es nicht sein, dann macht ja das etwas mit mir. Bei Verdacht auf Probleme dieser Art sollte zunächst eine professionelle Abklärung nach internationalen Diagnosestandards erfolgen. Eine gezielte Ergotherapie wird empfohlen, wenn die Störung Krankheitswert hat und die Lebensqualität der Kinder beeinträchtigt. Die Therapie richtet sich danach, wo starke Defizite in Motorik und Wahrnehmung liegen und trainiert diese Dinge gezielt in einem spielerischen Rahmen. Weil jedes Kind bei der sensorischen Integration sein eigenes Tempo hat, liegen diese Störungen auf einem breiten Spektrum. Und nur für einen Teil ist tatsächlich eine Behandlung notwendig. Für Entwicklungsstörungen bei Kindern gilt generell... Ich denke, Eltern sollten immer dann aufmerksam sein, wenn ihr Kind im Alltag Schwierigkeiten hat. Sei es Schwierigkeiten, Freunde zu finden, sei es Schwierigkeiten, sich selber zu beschäftigen, sei es Schwierigkeiten, unabhängig zu werden. Wir gehen davon aus, dass Kinder so einen inneren Antrieb haben, selbstständig und kompetent zu werden und unabhängig von den Eltern zu werden. Das heißt, das wäre für mich eines der wesentlichen Zeichen, wo Eltern aufmerksam werden sollten. Sorgen brauchen sie sich keine machen, aber ich denke, es ist gut, wachsam zu sein und vielleicht Schritte einzuleiten. Während die Symptome psychischer Erkrankungen bei Kindern im professionellen Umfeld gut zu erkennen sind, löst der oft unspezifische Charakter ihrer Symptome bei vielen Eltern Unbehagen aus. Es gibt hier generell eine Richtlinie, wann man als Elternteil achtsam werden sollte. Das erkenne ich meistens daran, dass das Kind seine Alltagsfähigkeiten reduziert, dass es zum Beispiel seine Freundin nicht mehr treffen will, dass es nicht mehr normal spielt, dass es in der Interaktion mit den Eltern schwierig wird, schwieriger zu handeln, die Emotionen heftiger werden, rascher wechseln und nicht so gut eingrenzbar sind. Das sind Alarmzeichen, die Eltern darauf hinweisen sollten, dass sie eine Hilfe suchen sollten. Oder wenn spezifische Symptome kommen, wie übermäßige Angst oder Einnässen oder Schulschwierigkeiten mit den Freunden, dann muss man darauf schauen. Auf der Abteilung für Kinderpsychiatrie am Universitätsklinikum Salzburg ergänzt man die Methoden der Psychiatrie durch einen neuen Zugang, der sich in der medizinischen Praxis bereits bewährt hat, die Kunst als therapeutischer Helfer. Das sind zwei Herangehensweisen. Künste braucht man in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Einerseits als eine therapeutische Methode im Sinn der Maltherapie, der sogenannten Kunsttherapie oder der Musiktherapie. Das sind ausgefeilte therapeutische Methoden, wo Kunst eingesetzt wird, um bestimmte Prozesse im Kind und Jugendlichen zu entwickeln. Die andere Seite ist Kunst als ein Beteiligungsmodell, wenn Sie so wollen, dass der künstlerische Prozess, den das Kind macht, es dazu bringt, sich als kreativ, als selbstwirksam, als Künstler zu fühlen. Was eine ganz andere Auswirkung hat als das Therapeutische. Und hier geht es um, das Setting ist ein anderes, weil es ist, man geht irgendwo hin zu einem Künstler. Es ist keine ausgesprochene Therapie, es ist sozusagen etwas, wo man was tut, so wie bei Basteln oder bei anderen Dingen. Und das Tolle ist, dass es dort darum geht, einerseits das Hirn, andererseits das Herz und drittens den Körper zu betätigen. In einer Kombination, wie sie in keiner anderen Therapieform sonst so möglich wäre. Und das ist ganz was Außerordentliches und wir erleben das immer, wenn wir die Kinder zu Kunst bringen. Es ist unglaublich zu sehen, was, und wenn es noch so schwer kranke Kinder sind, was in dem Moment, wo sie Material und Anleitung haben, um künstlerisch sich zu beten, was die produzieren, das ist unglaublich. Der Garten rund um die Tagesklinik ist für die Tagesgestaltung, zum Teil für den Rückzug. Es gibt eine Schaukel, die zur Beruhigung der Kinder dient. Es gibt ein kleines Gartenhaus, in dem sie spielen können, in dem sie ihre Welt gestalten können. Und zur Zeit ist es halb bemalt nur, das wird gerade von einem Kind bemalt, der hat es noch nicht fertig gemalt, obwohl er schon, glaube ich, drei Monate daran arbeitet. Es dauert alles dann gut. Es gibt draußen dann eine Green Care sozusagen, also ein Gartenprojekt, wo drei bunt bemalte Badewannen gefüllt sind mit Erde. Und die Kinder betreuen die von Frühling bis Herbst. Es wird dort gezupft und gepflanzt und geerntet natürlich, weil es sind kleine Erdbeeren drauf und es sind Blüten drauf, die man essen kann. Sodass die Nähe zur Natur ist uns auch ein ganz wichtiger Teil, sowohl im Draußensein, im Leben, im Spielen, im Alltag, aber auch im Gestalten des Gartens. Die wohl größte Veränderung im Alltag der Kinder sind wahrscheinlich Smartphone, Tablet und Co. Moderne Medien bestimmen unser Leben und in der Generation der Millennials begleiten sie uns bereits von Geburt an. Wie sich das auf Geist und Körper der Kinder auswirkt, beschäftigt unzählige Wissenschaftler weltweit und ihre Erkenntnisse füllen ganze Bibliotheken. Neuere Studien stellen immer wieder Zusammenhänge zwischen frühem intensiven Medienkonsum und Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern her. Fest steht jedoch, die modernen Medien pauschal zu verurteilen, ist keine Option. Die modernen Medien haben natürlich einerseits einen großen Wert als Informationsfluss und ist heute arbeitstechnisch in vielen Bereichen nicht mehr wegzudenken. In der frühen Kindheit haben sie jedoch auch eine fatale Auswirkung. Wenn die modernen Medien als Babysitter benutzt werden, damit das Kind halt einmal eine Stunde ruhig ist oder in manchen Familien der Fernseher wirklich in der Früh aufgedreht und am Abend abgedreht wird, wenn man meint, dass man schon im Kindergarten das Tablet einführen muss, um die Kinder zu rüsten für die Zukunft, dann ist das einfach grundfalsch. Weil Kinder müssen erst einmal wirklich haptische Fähigkeiten des realen Lebens lernen und die modernen Medien sind dann eine Kulturtechnik, die man ebenso wie Lesen, Schreiben, Rechnen halt bei fünf-, sechsjährigen Kindern dann einsetzt. Und die Kinder, die schon sehr, sehr früh mit einem sehr übermäßigen Medienkontakt ihren Alltag verbringen, sind oft wirklich hoch auffällig im realen Sozialkontakt des Lebens, können sich dort kaum adaptieren oder einfinden, kaum orientieren, fallen damit auch aus ihren Bildungsbezügen und Karrieren oft heraus. Mein Name ist Jürgen Grimm, ich bin Kommunikationswissenschaftler und befasse mich schwerpunktmäßig mit Wirkungen von Medien, klassischen Massenmedien, also Zeitung und Fernsehen, aber eben auch zunehmend Internet. Kinder sind ja Wesen, die die Welt neu entdecken und das geht eigentlich wie auch bei Erwachsenen, aber bei Kindern noch viel mehr. Über Trial and Error, also Versuch und Irrtum, man will Dinge ausprobieren. Kinder sind unglaublich neugierig und die Möglichkeit, über interaktive Medien etwas auszuprobieren, sind enorm gewachsen. Und natürlich nehmen das Kinder wahr und sind davon fasziniert, weil es ohnehin ihrem Spieltrieb entspricht, sich mit allem auseinanderzusetzen, was ihnen die Umwelt erst einmal anbietet. Aber natürlich muss man da auch für die entsprechende Dosierung sorgen als Eltern, also Medienkompetenz hat eben nicht nur eine Seite, die den Mediennutzer selber betrifft, also in dem Falle die Kinder, sondern umfasst natürlich auch die Eltern. Die Medien, die Online-Medien und die ganzen Zugänge, die wir heute hatten mit iPhone und so weiter, beeinflussen die Kinder selbstverständlich. Aber wie alles, wie das Radfahren, wie das Autofahren, wie das Radio, wie das Fernsehen, hat sehr, sehr viele Vorteile und positive Entwicklungsmöglichkeiten. Aber wie all die genannten auch, hat es auch Nebenwirkungen und die sieht man dann gelegentlich. Mittlerweile können wir sagen, von der Forschung her ist das Risiko wesentlich geringer, als alle es befürchtet haben. Also die Häufigkeit dieser Suchterkrankungen, die mit Internet oder so zu tun haben, ist deutlich unter dem, was erwartet worden ist. Die Kinder neigen dazu, sich alles anzueignen, was die Welt ihnen zur Führung stellt, selbstverständlich auch die Online-Welt. Und das Problem, das die Kinder heute haben, ist, dass die Eltern sich nicht auskennen oder nicht so gut und sie daher zu wenig begleiten. Bei allem anderen in der Schule begleiten die Eltern. Bei Ausgang ins Kino oder überall hin wissen die Eltern, wie sie ihre Kinder anleiten können. Online können sie das, oder zumindest bisher konnten sie es nicht. Medienkompetenz ist die Fähigkeit, moderne Medien so einzusetzen, dass sie uns bereichern. und der natürlichen Entwicklung der Kinder nicht hinderlich sind. Ein kompetenter Umgang mit Medien schützt auch vor der Online-Sucht. Speziell die sozialen Medien bergen die Gefahr, bei intensivem Konsum mehr zu einem unkontrollierbaren Zwang als zu einer Bereicherung zu werden. Also es ist nicht so, dass man, was ich damit sagen möchte, dass es die modernen Medien per se sind, die hier für den Verfall der Kultur oder des Umgangs miteinander verantwortlich sind, sondern es sind schon die Menschen und die Art, wie die Menschen es benutzen. Das, was bei den Kindern und Jugendlichen bedenkenswert ist, dass hier wenig Anleitung gegeben wird, sondern einfach der Wildwuchs bestimmt, wie der Kontakt aussieht und es wenig Regulative oder wenig Reflexion gibt hier. Und das wäre ein wesentliches Ansinnen von Schule zum Beispiel auch hier. Diesen Aspekt moderner Medien, Umgang mit modernen Medien, Analyse von wie gehen Gruppen, Peergroups miteinander im Rahmen ihres Social Networks um, um das in Schulen transparent zu machen und zu lernen, was es bewirkt. Ganz abseits von den Problemen mit Selbstdarstellung in sozialen Medien oder dem frühen Kontakt mit Pornografie im Internet, steht die Tatsache, dass Kinder heute zu jeder Zeit einen GPS-Sender in ihrer Hosentasche tragen. Dies macht eine punktgenaue Überwachung möglich und wird von manchen Eltern auch tatsächlich genutzt. In diesem Zusammenhang spricht man immer wieder von Helikoptereltern. Also Helikoptereltern ist ein moderner Begriff, der eben eine doch ein bisschen absurde Kontrollbedürftigkeit der Eltern beschreibt, die halt die Kinder immer irgendwie unter einer medialen oder modernen Medienaufsicht haben wollen. Natürlich ist ein Kind ein schützenswertes Wesen, das ist keine Frage, aber es braucht auch Freiräume, es braucht Selbstbestimmung, es braucht Intimität, also Räume, wo keiner reinschauen kann, wo ich gerade bin. Und ob das Kind jetzt nach der Schule noch mit den Freunden dreimal ums Eck geht, falls irgendwo was nicht Kaffee trinkt oder ähnliches oder direkt nach Hause kommt, soll halt doch ein Stück auch Freiheit noch bewahren. Ist ja oft wirklich auch durchaus sinnvoll, dass ein Kind sich im Notfall rühren kann, aber leider wird das auch sehr sehr oft zur Überwachung genutzt, viel öfters als wir glauben. Und Kinder müssen weiterhin pubertieren. Ich halte die Pubertät für ganz was Wichtiges und Kinder müssen weiter sich gegen ihre Eltern auflehnen dürfen. Kinder müssen die ihnen vorgelebten Werte in Frage stellen dürfen. Und damit sind wir wieder beim Anfangsthema. Ich finde diese totale Beschützung, Überwachung einfach kontraproduktiv. Und letztlich eben nur dazu geeignet, lebensunfähige Kinder groß werden zu lassen. Also wie kann man den Kindern die besten Bedingungen mit auf den Weg geben? Hängt natürlich sehr stark auch von den sozialen Möglichkeiten der Eltern ab und den sozialen Lebensbedingungen, in denen sie als Rahmen selbst existieren. Aber es gibt durchaus erfreulich einfache Items dafür auch. Die mir bekannten drei Zs, ausreichend Zuwendung, Zärtlichkeit und Zeit. Wenn man das seinen Kindern ausreichend gegeben hat, dann hat man schon sehr viel Richtiges getan. Und wenn man mit Eltern genauer drüber redet, wie viel Zeit haben sie letzte Woche mit ihrem Kind verbracht, nicht weil sie es irgendwo hingebracht haben oder Pflichttermine erfüllt oder so, sondern einfach nur, um miteinander Spaß zu haben. Dann hört man meistens, naja, letzte Woche war es ein bisschen wenig, aber wir schauen schon an mehr. Das Problem haben wir ständig dasselbe Zuwendung, Zärtlichkeit und Zeit sind die Grundingredenzien sozusagen für ein gutes Aufwachsen. Naja, und dann brauche ich noch etwas. Ich brauche eine Gesellschaft, in der ich eingebettet bin, die sich für mich verantwortlich fühlt. Die mir einen Raum strukturiert, der nicht nur TÜV-zertifizierte Spielgeräte liefert, wo klar ist, wer schuld ist, wenn ich runterfliege, sondern eine Gesellschaft, die mir ja auch Naturräume eröffnet in meiner, möglichst in meiner Wohnnähe, das wäre schön, wenn man an mich denken würde. Oder eine Gesellschaft, die nicht diese ganzen komischen, wunderbar schmeckenden Zuckerriegel kann, dass ich 60 Zentimeter groß bin, vor mich im Supermarkt platziert, sondern die auf 1,50 Meter stellt, weil dann würde ich sie nicht sehen, zu dem Zeitpunkt, wo ich sie schon haben will, aber noch nicht begreifen kann, dass sie nicht wirklich gesund sind für mich. Und verschiedene andere Dinge würde ich mir auch noch von der Gesellschaft wünschen, dass sie mich nicht kommerzialisiert, nicht einsetzt, um über mich oder an mir Geld zu verdienen. Ich würde mir eine Gesellschaft wünschen, die begreift, dass diese Phase, in der ich gerade bin, Kindheit schützenswert ist, damit ich einmal ein leistungsstarker Beitragszahler werden kann, wenn ich groß und erwachsen bin und dieses Wort aussprechen kann. Die Möglichkeit, in der Erziehung etwas falsch zu machen, die bietet sich jeden Tag, glaube ich, 250 Mal. Aber es ist auch okay so. Perfekte Eltern wären unaushaltbar. Das wäre kein schönes Leben. Man muss irgendwann draufkommen, dass die Welt nicht perfekt ist und deswegen, weil sie nicht perfekt ist, ist sie gestaltbar. Und das muss ein Kind erfahren. Und das ist die wichtigste Botschaft eigentlich. Es muss das Kind in seiner Laufbahn erleben, dass es mit seinen Fähigkeiten, seinen Erfahrungen, seinen Möglichkeiten, diese unsere unperfekte Welt beeinflussen kann, damit sie angeblich perfekter wird. Zum Glück wird sie nie perfekt. Zum Glück wird Pult. In Horror wieder mögen... 지가 nicht wahr. » unseren